Slow German, der Podcast zum Deutsch lernen, mit Annik Rubens. Hallo, dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt, ich dich auch nicht. Was machst du hier? Das siehst du ja, ich jogge. Seit wann joggst du denn? Ich dachte, du magst keinen Sport. Mag ich auch nicht. Aber mein Arzt hat gesagt, ich soll mehr Sport machen. Da hat er natürlich recht. Und, macht es dir Spaß? Nein, Spaß kann ich nicht behaupten. Aber es ist schon okay. Ich merke, dass es mir gut tut. Und du, was machst du so? Ich finde Sport toll. Ich gehe regelmäßig laufen. Ich habe mich letztes Jahr sogar für einen Halbmarathon angemeldet und es hat gut geklappt. Wow, gratuliere. Danke. Das war echt eine Überwindung. Ich musste mich überwinden, immer weiter zu laufen. Aber danach war ich wirklich glücklich. Ich bin glücklich, wenn ich zwei Runden um den See schaffe. Vielleicht ist ja Laufen nichts für dich. Es gibt ja noch andere Sportarten. Ich gehe jeden Mittwoch zum Schwimmen und zweimal pro Woche ins Fitnessstudio. Wo nimmst du nur die Zeit dafür her? Ach, das geht schon. Dafür sehe ich so gut wie nie fern. Also ich versuche eher, mich im Alltag zu bewegen. Ich nehme die Treppe statt den Aufzug und ich fahre mit dem Fahrrad in die Arbeit statt mit dem Auto. Das sollte jeder so machen, wie er möchte. Ich freue mich jedenfalls, wenn wir uns hin und wieder beim Joggen sehen. Bis bald. Bis bald. Das war Slow German, der Podcast zum Deutsch lernen. Mit Annik Rubens. Mehr gibt es auf www.slowgerman.com Pensuss dann wird, warum sollte man damit versuchen. Vielen Dank, dass wir brachten TRUここ ja, dass jemand als Du dich nicht zu tror. Bis bald auf dem resumen darf und so auf dem Runden fielen.